Lieber Hübi, lieber Viren, oder Viren, der größte Ehremann auf diesem Planeten, außerdem noch bester YouTuber auf diesem Planeten, aber ist ja selbstverständlich. Ich habe ja auch einen Liter Wasser, weil ich dachte mir ja, 0,8 Liter reichen nicht, es ist aber stilles Wasser, nicht Sprudelwasser, also ich habe da Leitungswasser reingeschaut, aber es ist trotzdem kalt, weil ich so dumm war und habe kaltes Leitungswasser reingetan, aber mhm. Aber sie macht auch nicht Sprudel, sie macht auch nicht Sprudel. Zieh durch, zieh durch! Das, 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 das würde ich gehen, das ist, das ist in Ordnung. Mit Sprudel. Wie du siehst, ich habe es nicht ganz leer gekriegt, aber es war mit Sicherheit 0,8 Liter oder mehr. Hier, guck mal, wie wenig da noch drin ist. Aber dann kriege ich auch. Aua. Ja. Genau. Ja. Ja, ja. Danke, 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 danke. Ja. Ja.